Herzlich Willkommen zurück zu einer weiteren Folge, 7 Days to 3. So, wir haben wohl jetzt ja das große Rathaus hier vorgenommen. Was steht denn da? Townhall. Ja, das ergibt irgendwie Sinn, ne? Townhall ist ja das englische Wort für Schule. Rathaus. Oh oh. Warte, das hab ich gleich. Boah. Wie ist denn das Ding abgesichert? Oh nein. Die Tür dahinter hat 10.000. Vergiss es, Jasmin. Wir gehen durchs Fenster. Achso. Super. So, dann können wir einmal einen Blick riskieren, wa? Oh, hier, guck mal. Oh, was ist das denn? Komm, wir sind von oben, ey. Warnungsfotos? Was war das denn? Ih! In sein Lulu. Vorsicht, rechts. Hab ich. Meinst du, das sind die Leute, die an dem Spiel mitgewirkt haben? Lucky, ein Hund? Ja, bestimmt der Hund. A.K.A. Good Boy. Ich glaub, der Hund hat hier alles, der hat hier Hunde programmiert. Angelernt. Eine Wanted-Liste. Einmal hier. Ihr Gerichtssaal. Oder? Piept das noch? Nee. Bleib liegen. Sie haben das Recht zu schweigen. Alles, was ich sagen kann und wird vor Gericht gegenseitig verwendet. Hinter dir. Warum diese Musik? Ist das ein Angebot? Jasmin, was meinst du? Ist das für mich? Ich glaub, das war für mich. Die Waffentasche hat sie liegen lassen. Was für ne Waffentasche? Auf dem Richterpult. Setzen Sie sich wieder hin. Hinsetzen im Gerichtssaal. Jetzt kehrt hier mal Ruhe ein. So. Jasmin? Irgendwo kommt hier noch was. Sie können mit Ihrem Vortrag beginnen. Da läuft draußen was. Das sind die Aufständischen. Weil wir jemanden zum Tode verurteilt haben. Ihn da. Hier sind Vögel. Hä? Oh, die Lampe brauchen wir nicht mehr. Ein Bücherregal. Erdbohrer. Drei Blatt Papier. Ach, ich hab ja auch noch die Nerdfrille auf. Hier ist ein Wand-Tresor. Ich bin schon wieder geil. Hast du die Driche? Nee. Ich glaub nicht. Nö. Schade. Aber ich hab Eisen und Blei. Das könntest du mir nachher nochmal abnehmen. Könnte ich das, ja. Hast du Zeit? Ja, klar, klar. Ich hab grad nix vor. Eisen. Blei. Gläser. Ja, diese blöde Jacke, die kann weg hier. Die kann weg. Militärweste? Ja, die bräu ich nicht. Die ist gut? Ja, da haben wir schon eine und das ist schon die zweite, die ich wegschmeiße. Äh, was? Jasmin, bitte. Brauch ich nicht. Du musst es ja nötig haben. Ja, was soll ich damit? Ich trage immer meine andere, weil da kannst du kaum Mots von machen, hab ich gesehen. Hier ist noch... Oh, egal. Wow, ey, voll zerbrochen hier alles. Ja. Ich glaub, hier ist jemand ausgebrochen. Ach, da bist du. Jetzt hätt' ich mich hier fast aufgespießt. Todesfalle. Da kommt doch schon wieder irgendwas angelaufen. Im Fahrstuhl ist ne Tasche, aber wir kommen da nicht rein. Hier, Nitrat und so. Ja. Meine Punkte. Hier, Nitrat, warte mal. Äh, Knochen. Nitrat. Gammelfleisch. Freue ich nicht. Hab ich. Gut. So, dann wollen wir mal die Insassen begrüßen. Moin, Männer. Äh. Officer, schlafen wir etwa während der Arbeitszeit? Das ist dieser komische Typ hier. Ja. Was ein Freak. Oh, ich hab keine Ausdauer. Aber das ist doch kein, das ist doch kein, das ist doch ein Gerichtssaal hier gewesen und kein Rathaus. Ja. Mit Knast. Äh, im Knast ist schon der ein oder andere Hopps hier gegangen, ne? Hier ist noch ne Waffentasche drin, ne? Oh. Da müssen wir einmal außenrum gehen, glaub ich, hier wieder zurück. Nein, hier war es nicht. Nein. Ja, es sind Gewehrteile drin, aber ich kann die nicht aufnehmen. Ne, also ich nehm das auch nicht mehr mit. Jasmin, bitte. Gehst du doch schon wieder, wo der... Äh, ja. Hier. Uäh, weg! Au! Brauchst du Hilfe? Da gehst du mich nicht an, Alter, nein. Ich. Ich hab deinen Kopf weggeballert. Hast du dich gesehen? Ey! Das ist zu deinem eigenen Schutz. Komm jetzt. Hier hinten müssen wir dann. Wo? Wo denn? Hier, wo der Dicke ist. Hä? Wo bist du denn hingelaufen? Alter, wird der Bimmi. Ey. Ich hab keine Ausdauer. Du haust immer ab. Nein. Ach nee, hier kommen wir ja her. Ja, deswegen hab ich... Woosah. Aber wo kam denn... Aber wo kam denn... Ich kann ja grad nicht an den Ohrläppchen kraulen. Wo kamen denn die Zombies her? Hier! Nein, die hinter uns. Ist doch egal. Die kommen von überall. Sehr skurril. Äh, sammeln. Was? Sammeln. Was sammeln? Was sammeln? Sammeln. Ja, durfte ich hier den Zombie vielleicht eben mal abschießen? Oder was? Ja. Na also. Ich wollte dem nicht im Wege stehen. Ja, hier ist doch nichts mehr. Du hast doch schon... Ähm... Ich muss nicht lachen, oder was? Uh. Ähm... Hinter uns kommt gleich Besuch, ne? Ja, ich mach das schon. So, jetzt muss ich ja langsam meine Keule mal wieder nehmen hier. Mhm. Lieber ist zu schießen. Oh, hier ist abgeschlossen. Hier nicht. Hier auch nicht. Oh. Hast du was Gutes gefunden? Ja, nö. Du kannst halt so... Ach, das sind wieder nur die blöden Sachen. Ja. Oh. Da haben wir jetzt leider nichts von. Wir können das auch noch nicht alles machen, irgendwie, ne? Oh, ich nehm mal hier ein paar elektrische Komponenten mit, ne? Gart, ey. Und der rote Knopf. Das ist leider. Manches nehm ich schon nicht mehr mit, ey. Ja, ich muss leveln, weißt du? Ich hätte gerne eine bessere Rohrzange, dass ich hier die Sachen schneller auch abbauen kann, die länger hält und so. Aber Sachen abbauen ist ja nicht Rohrzange, ne? Man muss ja wieder was killen. Ich glaube, Recycling ist immer was, ne? Hier, Eidstoff-Sammler. Komm mal her, hier. Kade. Deckbarer. Au. Das sind bestimmt wichtige Daten drauf. Oh, ah! Bauplauern, automatische Skrotflinte. Oh. Okay. Alter, dann fetz ich den so das Gehirn, ey. Hast du auch noch einen Bauplan für den Erdbohrer rein, zufällig? Ey, leider nisch. Verschlotzen. Verschlotzen? Ja. Oh, hier könnte man vielleicht gut was kriegen. Da ich voll bin, werde ich das lernen, statt verkaufen. Was ist das? Blindengeschoss benutzen. Alles lernen. Mir doch egal. Für die XP. Ja, wenn du es verkaufst, kriegst du... Fetzen, ey. Aber wenn du es verkaufst, also wenn du es schon mal gelernt hast, und du verkaufst das, dann kriegst du die XP plus Geld. Ja, egal. Ich habe keinen Platz. Ja, das ist ja auch immer mein Problem. Aktuell. Aktuell, ne? Aktuell. Mega schnell. Komm noch her, ha, ha. Hau die Lampe an. Oben geht es auch noch weiter, ne? Geil. Oh, es ist schon abends, nachts. Wir haben es halb sechs. Ja, abends. Oh, hier. Gönn dir mal ein Wasser davon. Die sind richtig gut. Hier in den unteren. Ja, ich bin schon dabei. Du Schwein. So. Ich komme da gar nicht durch, so. Äh, sind wir hier nicht langgegangen? Epik. Ähm. Was denn? Gut, gehen wir nochmal rein. Hä? Wieso gehen wir denn jetzt raus? Damit wir nochmal reingehen können. Äh? Rein zufällig ist das Fenster hier offen. Bist du drinne? Ja. Achso, ich bin oben, ne? Äh, ich denke, wir wollten hier reingehen nochmal. Ja, bin ich doch. Ich denke hier unten. Anni, ich. Ecke. Warum kommst du nicht mit nach unten erstmal? Äh, ja, ich komme nach. Sobald ich den Weg gefunden habe, bin ich wieder da. Äh. Kleinen Moment, ich muss einmal kurz draußen warten. Wo bist du denn? Keinen höher? Ach, ich denke, du bist draußen. Äh, ne, ich habe doch gesagt, ich bin reingegangen. Oben. Drinne. Ich komme dir entgegen. Nein. Oh, hier sind wir ja reingegangen. Ich habe alles unter Kontrolle. Hört man. Äh, oben sind vielleicht ein, zwei Zombies. Hier, warte mal. Wo bist du denn? Ach. Wo komme ich denn hier durch? Ja, den ganzen Weg einmal zurückgehen, oder? Wir machen dir eine Tür. So. Okay. Bitte, bitte. Ja. Ja, mei, daran sollst du doch nicht liegen, oder? Heps. Da bitte hoch. Ja. Gott, wo kommt er anher? Oh, ich habe voll den Krampf im Fuß jetzt. Stich ihn ab. Oh Mann, das ist doof. Ich komme hier nicht hoch. Warum nicht? Ich bin hier eben schon... Ah, jetzt. Weil ich eben schon voll die Probleme hatte hier. Aha. Ich habe da näher. Ich haue hier über daneben, weil ich immer auf diese blöde Stufe gehe. Komm. Ach so, da ist ein Zombie. Ja, ich habe gerade, äh... Hä, hier, von hier sind wir doch gekommen. So. Ja, aber da geht es ja noch, äh, weiter. Ja, kannst du gleich nochmal hier Eisen nehmen. Kommt ihr klar da unten? Das wird ein Kampf des Jahrhunderts. Oder ein 100-Jahre-Kampf. Ich wollte eigentlich meine Pfeile wieder haben. Nur eingekriegt. Komm, hier, wegen Eisen. Mhm, mhm, mhm. Da, da, äh, Messing hattest du auch, ne? Leere Gläser. Hattest du Säure? Nee. Okay. Jot. Okay. Warte, was, mal gucken, was du alles hast. Oh, komm, hau, hau, hau. Hast du Messing? Hast du Heizkörper? Diese, Dings? Nein. Verbände? So, wo jetzt? Äh, wir haben hier noch ein paar Türen und so. Hier ist ein Fahrschul. Ja, aber da müssen wir irgendwie nach oben kommen. Was ist denn jetzt? Hier, hier, hier. Guck mal. Hier drüben können wir auch noch rein. Hier ist noch so ein Durchbruch. Vielleicht kommen wir da nach oben. So, drei Blatt Papier. Steht einer. Warte. Schon wieder ein Hund. Ah, Mr. Schlotz ist wieder da. Oh, der haut mir eine, der... Ich wollte eigentlich das lautlos erledigen. Alter, hallo. Kannst du uns mal lassen? Okay, so viel dazu. Braucht man einen Verband, warte mal. Leise und unauffällig. Wieso leise eigentlich? Ich wollte in die Hoppe gehen und ihn der mit dem Bogen abschießen. Er ist lautlos und er stirbt direkt. Hier kommt gleich ein Hund. Ja, hier. Oh, ich muss mal was essen. Ich kann dir nicht helfen. Gehe ich dir noch nicht. Ich kann dir nicht, Alter. Du bist zwei Knüppel zusammengeschlagen. Oh nein, ich bin infiziert. Wann ist das denn passiert? Ja, mit den Hunden geht das schnell. Die beißen dich und drogzock. Ich habe weder Honig noch irgendetwas anderes geil. Aber hier kommt ein Hund. Ja, ich will erst mal nach oben. Ja, warte doch auf mich. Ich bin nicht weggegangen. Achso. Ich gehe schon mal nach oben. Warte doch mal auf mich. Ja. Da habe ich mich beim Lachen verschluckt. Ja, nix kann er, nix. Was mir halt immer so Sorgen macht, die blöden Bullen. Äh, äh, die ich meine die Polizei. Ich wollte gerade sagen, hier gibt es doch gar keine Kühe. Oh, jetzt. Oh, falsche Taste. Ich wurde wieder nervös und habe die falsche Taste gedrückt. Oh, kleiner Scheißer. Ich kriege Helferpunkte, immerhin. Hä, hä, hä. Kann nicht jeder so gut sein wie ich. Ja, da ist was Wahres dran, ne? Ich habe noch mal Blei. Hier. Und Dose. Was hast du noch Schlimmes für mich? Gar nix. Nischt, nischt. So, den geht erst mal kein Licht mehr auf hier. So, wo gehen wir jetzt lang? Oh, es geht ja noch ein hoch, ne? Aber wie kommen wir da hoch? Äh, äh. Wir hier rein, aber... Ich glaube... Ha. Äh. Hä? Wo bist du... Oh, Alter. Wie bist du denn da jetzt hingekommen? Ja. Da, wo das Brett ist, kannst du rüberspringen. Du kannst dir auch einfach einen Weg freimachen. Ja. Reibeisenbanken. Oh. Äh, äh, äh. Äh, äh. Ja, draußen. Bücher. Drei Blatt Papier. Vielleicht solltest du da immer reingucken. Dann finden wir auch mal einen Erdbohrerplan. Vielleicht. Bücher. Ja, ich denke, ich soll da reingucken. Bei mir sind es, äh, zwei Blatt Papier. Ah. Joten, da! Du bist so ein Blödmann, ey. Ich habe hier alles kaputt. Also, ich habe die faxen Dinge hier von diesen Kack-Zombies. Iiii, was ist er denn? Äh, der unglaubliche Halt. Oh mein Gott, Bruce Banner. Au! Alter, wie viel hält der denn aus, Boy? Ja, au, 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 au. Erzählt er sich einen Rücken. Hast du ihn hinten geschlagen? Das mit von hinten ist feige. Was war denn mit ihm nicht richtig, ey? Ich gehe einmal im Fahrstuhl. Na toll. Da war eine Tasche. Ja? Ja. Warum ist denn hier in diesen... Ach, hier, Bücher? Hat sich gelohnt? Ja. Ja. Ich habe ein Gammelfleisch. Komm hier nicht mehr raus. Was ist denn das jetzt hier für eine Falle? Wo bist du denn? Ja, im Fahrstuhl. Hier hinten ist eine Leiter, ne? Ja, aber ich komme da nicht ran. Wenn du rumgehst? Dann komme ich da auch nicht ran. Viel Spaß. Was ist denn das jetzt? Das ist, wenn man immer so neugierig sein muss, ey. Warte. Ich habe ja Zeit, ich warte. Ha! Oh, jetzt nicht runterfallen. So, da bin ich auch schon wieder. Dann können wir nochmal einen höher gehen, ja. Ja, würde ich sagen, oder? Ja. So. Dann dann, hier. Hier hoch. Sind wir von hier gekommen? Hey, hier müssen wir hoch. Aber hier waren wir noch nicht. Hey, was denn? Wo bist du denn jetzt? Da war ich doch eh. Alter, ey. Hey, du hast doch das alles nicht mitgenommen. Ja, weil erstmal habe ich keinen Platz und zweitens ist das nicht lebensnotwendig. Doch. Nee, ist es nicht. Da haben wir genug von. Sag das nochmal. Mann. Komm her und sag das nochmal. Alter. Das machst du jetzt alleine. Ey. Lässt er mich nicht alleine machen, ey. Ich habe gesehen, dass du Hilfe brauchst. Hä, brauche ich nicht? Ich habe das... Oh, wo bin ich denn jetzt hier? Alles unter Kontrolle, ey. Boah. Jetzt geht es schon wieder los, dass ich hier nervös werde, ey. Da gibt es doch bestimmt noch irgendwo Hauptblut. Oh, hier. Die ganzen Säcke nehme ich mal mit. Die habe ich ja sowieso. Ja, ich habe die nicht. Hier sind auch noch Zement und Geldscheine. Denn später. Im Müll. Wieder Hunger. Joa. Hm. Mal bestimmt wieder irgendwas übersehen, ey. Nee, wir können hier noch höher. Können wir gleich noch in den Turm gehen. Wenn du mal auf mich warten würdest. Ja, sprich dich aus, Jasmin. Ich habe es mir anders überlegt. Willst du mich nicht erst noch irgendwie beleidigen oder so, wenn du mich schon anpöbelst? Ach, nö. Wird dir auch irgendwann langweilig, ne? Ja. Joa, den haben wir es gegeben, ne? Alter, meine Matratze wird so durchgehauen hier. Nimm mal aus dem Rucksack mit, was du nehmen kannst. Und ich bringe dann die Reste unter. Warte. 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 Ich will erstmal die Kiste hier gucken. Oh, was ist das? Was ist das? Rotflinten ist hier. Oh, benutze ich mal, wa? Joa. Ist ja noch was anderes drin, aber das habe ich schon. Äh, Rucksack. Äh. Geil. Munition, Munition. Konntest du alles mitnehmen? Ja, ich bin jetzt fünf überladen. Oh. Achso. Waren nur ein paar Band und Medizin. Ja. Ja, Munition, das brauche ich nicht. Hier, dann guck doch nochmal hier rein. Äh, in der Waffentasche ist auch nochmal was drin. Wo denn? Wo denn? Hier. Ah, da. Nee, das brauche ich nicht. Ja, wollen wir den großen zu zweit platt machen kurz? Welchen? Den hier? Ja. Den? Ja. Wo ist er denn? Ich habe mir nur kurz die Betten gegönnt. Damit wir bequem hausen können. Ich meine, der hat ja nur 10.000, ne? Nur ist gut. Nee, der bringt nicht. Ich habe immer noch keine Dietrich gefunden auf der ganzen Reise. Hast auch keine mitgenommen, ne? Nee. Ich habe jetzt nicht damit gerechnet, dass wir gleich eine große Stadt finden. Ich musste meine Axt mal heile machen. Hast du keine Spitzhacke? Doch. Die macht dir mehr Damage. Was trägt. Warte, wir tippen mal. Eins. Hier habe ich nicht. Eins. Eins. Und eins. Das war es nicht. Eins. Zwei. Drei. Ja. Aulich. Vier. 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 Und vier. Sternchen. Eins. Null. Eins. Und Raute. Und fünf. Ah, das war es. Bekämpfe Feuer mit Feuer. Die Feuereffekte von Brandwaffen wie Facken und Molotow-Cocktails brennen 10% länger. Möchtest du das lernen oder darf ich das lernen? Ach doch. Okay. Durch Lesen des Bauplans kannst du lernen, wie dieser Gegenstand gefertigt wird. Die Qualität des gefertigten Gegenstands wird durch die vorherrschenden Eigenschaften bestimmt, wie etwa Schrottflinten. Messias für alle Schrottflinten. Einige Gegenstände werden aus Teilen und Schrott derselben Teile gefertigt. Ein Beispiel sind Pumpguns, die zum Pumpgun-Teilen verschrottet und unter Verwendung dieser Teile fliegt schärflich werden. Das ist einfach. Hier ist auch noch was für dich drin. Was denn? Jasmin. Munition. Ja, ich wollte gucken wegen oben. Munition. Wo denn? Hier. Äh. Ja. Ja, aber die bringen mir ja nichts. Nimm die mit, wir brauchen die. Ja, ich meine ja nur. Wie kommen wir jetzt da hoch? So. Äh, noch höher. Ja, oben, da geht's noch weiter. Oder noch mehr? Boah, ich glaube, wenn wir da hinwollen, müssen wir den bauen. Weil ich sehe jetzt keine Leiter oder dergleichen. Hm. Oder dergleichen. Ich gehe mal davon aus, da müssten wir bauen. Aber dann wird da oben bestimmt auch nichts sein. Oh, weiß man nicht, ne? Hm. Ey, ist voll hell hier noch, ey. Wo bist du? Ich mache gerade Rahmenform. Ich will mal hochbauen und gucken, ob du recht behältst. Ja, mach mal. Das ist ja der Shit. Hm? Da ist nix, wa? Bogenester. Brauchst du auch ein paar Rahmenformen? Hätt ja gesagt. Nö, ich will da nicht hoch. Na, drinnen habe ich noch nicht reingeguckt, jo. Ey, ich fall nur wieder runter und brich mir was. Aber drinnen ist auch nix. Ah, nein, nein, scheiße, nein. Ich hab, oh nein, ich bin so dumm. Nein, Jasmin, du musst mich... Nein! Warum bist du nur jetzt... Was ist denn bei dir jetzt los? Ich wollte mich da rein prügeln und weil ich einen Slot frei hatte, hat er die Glascherben vom Fenster genommen und gefressen, der Idiot. Du bist jetzt nicht tot. Nein. Du bist tot? Ja. Ey, bist du doof? Ich kann doch das hier nicht alleine machen. Ja, ich komm mit dem Moped hin. So, der Typ ist einfach zu blöd, ey. Ich wollte nur das Fenster einschlagen und dann hat der Idiot die Glarscherben gefressen. Der Idiot bist du. Ja, ich trottel. Und ich bin so dumm, ey. Wie, wie, wie fühlt man sich... Also, wie lebt man eigentlich mit so viel Dummheit? Das Ganze erträglich. Wie kommt man da eigentlich klar? Ach, es geht. Man darf halt nicht drüber nachdenken, wie dumm man ist. So, ich komme jetzt mal nackt in das Schneegebiet. Oh, ich habe einen Rucksack gefunden, Mensch. Oh, nein. Ich muss da auch irgendwie hochkommen. Hä? Nein, der Rucksack liegt hier auf dem Dach. Ja, eben. Ich muss ja irgendwie aufs Dach kommen. Hä, wieso gehst du den ganzen Weg wieder? Äh, wo denn höchstwahrscheinlich Zombies nachgespawnt sind? Wahrscheinlich. Ja. Passiert, Patrick. Passiert, wenn man so blöd ist. Ja. Warum war das nochmal... Warum hast du nochmal die Glarscherben gegessen? Ich habe ein Fenster eingeschlagen, ja. Weil ich ein krasser Typ bin. Und deswegen dachte ich, oh, ich bin so krass, ich fresse jetzt die Scherben. Ja, ich dachte, ich bin so krass, mir kann eh nichts mehr passieren. Ja. Okay, dann lernt man aber bei dir. Reicht das, wenn wir nicht. Beim nächsten Mal. Also, wenn ich sie nochmal gefressen habe, dann leere ich draus. Ich präse, ich muss mal reingehen. Zumindest haben wir ja erstmal alles sauber gemacht schon. Ja, ich, äh... Puh. Also, ich bin ja schon fast da. Ich mach mir mal ein Feuerchen an. Ja. Wäre ja cool, wenn ich da irgendwie easy peasy hochkommen würde, ne? Ich wärme mich mal auf. Mhm. Ich warte. Ich bin so ein krasser Typ. Trotz des kalten Fahrtwindes fahre ich nur im Schlüpper mit meiner Mofa durch das Schneegebiet. Mhm. Durch den Winter. Okay, harter Typ. Richtig harte Marmel. Volles Montag, ne? Ja. Äh, warte mal. Heiligabend ist auf dem 24. gefallen. Ja. Oh, halt einmal die Klappe, ey. Ja. Ich hab' einen Durst. Ich hab'n Hund. Oh. Ich lern's nicht, ey. Ich lern's einfach nicht. Oh, oh. Speedrun. Ich bin nicht alleine. Wo bist du denn? Äh, die ganzen Zombies sind nachgespawnt. Blackout, Blackout, Blackout. Wo, 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 wo? Wo sind wir denn hochgekommen? Oh, scheiße. Äh, alles cool, alles cool. Alles cool, ich bin gleich da. Ja? Weiß ich nicht. Ja, hier ist die Treppe nach oben. Bist du da? Ja, sozusagen. Oh Gott, ich muss hier noch über den ganzen Dachboden. Ja, brauchst du jetzt Hilfe oder nicht? Ich bin da. Ja, ich steh's. Übrigens, äh, unten, die Hüttelie ist wieder full, ne? Mhm. Wär mir egal, ich hab ja meine Sachen noch. Erste ja keine Glasschermen. Ah, ist das herrlich. Hm. Hast du jetzt alle hochgelockt, oder was? Höchstwahrscheinlich. Erstmal aufwärmen. Ja. Das Fleisch brate ich mal nicht, ne? Du siehst, ich kann mir hier mal ein Wasser abkochen kurz. Ich auch wieder platt. Hey, wieso kann ich denn das nicht kochen? Ich war im Feuer. Hm. Hast du jetzt was? Hä? Wieso kann ich meins nicht abkochen? Ah, jetzt. Ach, du warst im Feuer. Ja. Ah. Habe ich doch gesagt. Ich dachte, du verarschst mich wieder. Hä? Nein. Passt ja auch gern mal. Hä? Quatsch. Jasmin, bitte. Was sollen die Leute von mir denken? Äh. Na ja, erzählst du doch so ein Quatsch und irgendwas peinliches oder so. Ich hätte Glasscherben gefressen im Schneegebiet oder so. Haha. Glaub dir eh keiner. Aber Eier kann ich nicht kochen hier. Weil ich keinen Topf hab, wa? Ja. Du brauchst ja einen Kochtopf. Na ja. Was soll's. Wasser haben wir jetzt hier, ne? Es dauert natürlich jetzt endlos lange mit dem Wasser, weil wir keinen Topf haben, ne? Du gehst nur jetzt hin? Ich dachte, ich könnte ja einmal kurz runter. Mein Fahrrad ausräumen und mein Fahrrad ins Motorrad stecken oder umgekehrt. Denk dran, es ist jetzt Nacht, ne? Aber hier ist voll hell noch, ne? Ja. Und es schneit. Und es schneit. Äh. Da kotzt jemand von unten gegen die Decke. Ist klar, aber... Geht's noch? Ruhe da unten! Ihr Kack-Untermieter! Das ist eine Straftat, Herr Officer. Äh. Geh weg! Los, fall runter! Wir schubsen ihn. Ja, verruflich, aber geh nicht. Das sieht aus wie ein Unfall. Ist ja einfach hier hochgekommen, ey. Ich hab' ja hier aufgemacht. Aha. Ja. Ich hab' ihn also reingelassen. Ja. Ja. Wenn du flaschst, denk' auf uns. Oh, die Straße ist aber gut belebt. Ey, ist das schon wieder unten, oder? Nö. Ach, doch, schießt was. Oh. Die Zwischen so geil. Ich treff' die Ulle-Schrulle nicht. Ich seh' hier gar keinen. Sieh's, die Auserwählte. Ach, da unten. Und da kommen noch mehr. Ähm, jo. Ach, schleichschaden-Bonus. Du musst von der Hocke ausschießen, dann kannst du die One-Shot killen. Dann kriegst du Punkte. Treff' die ja nicht mal. Au! Ja, Jasmin, danke für dein Backup. Hä, wieso? Was ist denn? Hier, guck mal. Ich schießt auf dir. Guck mal, hier. Ja, ich schieß doch hier draußen gerade. Ich werd' direkt neben deinen Augen... Was? Direkt so 30 Zentimeter neben dir werd' ich umgebracht, weißt du? Du kriegst es nicht mal mit. Nö. Guck mal. Guck mal in... Guck mal in Richtung... Da so. Ist das ein Buchladen? Weiß er nicht. Ich hör' Steps. Ja, ja. Ähm, Krankenschwester. Hihihi, sie ist hingefallen. Da. Ab über die Dachkante. Hat sich erledigt. Da hab' ich mich verguckt. Da war keiner. Alles gut. Ist der auch One-Shot? Nee. Two-Shot? Two-Shot, it is. It is. Ich treff' die irgendwie nicht. Den da. Ist jetzt nur zwei getroffen. Zombie bei uns? Kommt gleich hier runter. Müsst du hier im Moment hier ankommen. Da ist er. Da. Hau ihn runter. Hau ihn runter. Hä? Weg mir, dear. Wie so ne Seemannsbeerdigung. So. Was können wir denn hier noch schießen? Hm. When you flush, think of us. Ist das vielleicht so ein Toilettenladen? Ja, ich weiß nicht. Wollen wir jetzt nochmal da rüber? Ich gehe hier bestimmt nicht runter. Weil es nachts ist. Ja, und hier voll viele kommen. Ich sterbe. Nee, hier. Ich höre auf mein Bauchgefühl. Du kannst ja machen, was du möchtest. Ich vertraue mir. Nix da. Habe ich mich schon einmal falsch eingeschätzt? Ja, mehrfach. Aber noch nie beim Blutmond. Das ist ja was anderes. Wir haben aber keinen Blutmond. Krieg, Krak, Kammer. Den treffe ich auch nicht. Ich habe nur noch 63 Pfeile. So solle er am lieben bleiben. Hm. Tja, irgendwie haben wir hier schon die halbe Stadt gecleared, wa? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Die Hunde, die sind gefährlich, ey. So. Habe ich auch? Habe ich auch? Ja, also im Moment farm ich nur Punkte hier, ne? Und verliere Pfeile. Ich habe ihn getroffen, ist nicht wahr. Wir müssen bald wieder Federn sammeln. Ich habe den getroffen, eben. Ja, deswegen kommt er jetzt her. Aber ich denke, er ist tot, wenn ich in der Hocke bin. Stimmt ja gar nicht. Du hast 200% Schleichschaden-Bonus. Sprich, äh... Die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch. Also ich habe bis jetzt alles hier One-Shot. Bis auf einen Dicken, da muss ich zweimal schießen. Ich glaube, wir kriegen gleich Besuch. Ja, ich höre schon. Hä? Ja, ich verstehe es auch gerade nicht. Der ist gerade irgendwo in so einem Elektroscheiß gelaufen, wa? Ach, da. Aber wo? Da kommt er her. Die war das nicht. Er vielleicht? Boah. Er ist runtergeplumpst. Der kommt aber nochmal hoch. Jetzt will ich... Haha, ich geh mal hinterher. Geh mal gucken. Ich geh mal gucken, ne? Was war das denn? Was hat denn da so gelacht, eben? Ich war das. Nee. Ich habe mich meines Lebens erfreut. Aber ich mich... Nee, das war eben ein komisches Lachen. Hm. Hier in diesem Spiel, so... Ich... Wer weiß, was du wieder gehört hast. Nee, ehrlich. Oh. Vorbei. Aber durch welchen Strom ist denn der gelaufen? Komm gleich noch mehr, ey. Ja, lass uns lieber hier runterhüpfen und dann zu da drüben gehen. Tschüss. Ich... Ich habe das Gefühl, du würdest nicht mitkommen. Ja, auf gar keinen Fall. Nochmal mache ich das nicht bei Nacht, ey. Aber von wo kommen die denn, ey? Ach, die prügeln sich drinnen wieder irgendwo nach draußen. Kommen wir gar nicht mehr hoch da jetzt, ne? Da kriecht noch einer. Ah, ja, hier. Guten Tag. Ja, so ein Fenster sieht jetzt hier auch viel schöner aus. Finde ich auch. Ja, und du? Warst du das jetzt? Ich treffe den nicht. Hat er einfach mal einen Durchbruch gemacht. Der wollte wohl ein bisschen frische Luft schnuppern. Da hat er mal einen Durchbruch gemacht. Ja, da ist mir die Steine weggekloppt hier, ey. Das ist ja frech. Wie kommen wir denn wieder zu unserem Lagerfeuer? Gar nicht. Wir müssten hier ein paar Dings bauen. So eine Art Trette, ey. Warte. Komm mir nicht hoch. So, ich wärme mich mal in der Kerze auf. Ich habe mal das Wasser rausgenommen, ne? Ja, ich wollte gerade gucken. Wir können jetzt hier nicht die ganze Nacht hierbleiben. Ja. Geh doch. Können doch schon mal Richtung Basis. Genau. Hätten wir hier Schlafsäcke platziert, könnten wir rüber gehen. Weil wenn wir sterben würden, würden wir hierher kommen. Aber wir haben keine Schlafsäcke mitgenommen. Nein. Und wir haben keinen Rasen hier. Okay. Äh, hast du denn noch Essen? Ähm, joa, ich hab noch vier Blaubeerkuchen. Ein Wildbret, ein Töpf. Ach ne, drei. Ey, wieso packt denn der die nicht zusammen? Ist das denn blöd, oder was? Äh, joa, das reicht erstmal. Aber trinken wird... Naja, gut, zehn Wasser und zwei Kaffee, das reicht auch noch. Okay, ich mach nochmal verkohltes Wildbret. Äh, acht Stück für jeden vier. Und den Rest nehmen wir wieder zum Kochen für Wildbret eintoppen. Mmh. Hirschrodenkulasch. Lecker. Ah, Jasmin, wir müssen schon wieder eine Folge beenden. Au, Mann. Warte mal, wie lang? Stunde. Nee. Jasmin, bitte, ich achte doch auf die Zeit. Hä? 59 Minuten. Na. Jasmin, ich achte auf die Zeit, hab ich gesagt. Nee, achtest du nicht. 50 Minuten. Mhm. Ja, ja, ja. Warte, den hier nimm ich noch weg. Da ist schon wieder einer. Ist da schon wieder einer? Da unten, ganz stark. Ja. So ein alter Ober am Fenster. Nee, da ist ein Dicke. Wette, du traust dich nicht, mit der blanken Faust zweimal gegen die Glasscheibe zu hauen? Möchte ich nicht. So. Das war wieder eine Folge 7 Days to Die. Wir müssen mal gucken, was wir hier eigentlich machen. Wenn Jasmin jetzt nicht weiter will, hier über Nacht, dann müssen wir mal schauen, wie wir weitermachen. Ey, ich sterbe nur wieder. Naja, alles gut. Ist ja nachvollziehbar, ne? Oh. So. Aber morgen geht es weiter und dann werdet ihr auch sehen, was wir uns überlegt haben, was wir dann jetzt weiterhin gehen, weiterhin gehen, tun werden. Hier kommt vielleicht irgendwo was. So. Ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei. Lasst gerne ein Like da. Bis dahin. Macht's gut. Ciao. 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 Ciao.